Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem späten Video heute und eigentlich auch das zweite, aber MV2 steht vor der Tür, super viele Infos, die Beta steht vor der Tür und ich habe ganz viel Beta-Infos für euch, die ihr mit Sicherheit haben wollt. Die allererste, ab Mittwoch, 10 Uhr amerikanische Zeit, müsste bei uns glaube ich 15 Uhr europäische Zeit, deutsche Zeit sein, könnt ihr auf der Playstation 4 und 5 die Beta downloaden. Die Downloadgröße wird zwischen 15 und 30 GB sein, es gibt so ein paar Leaks mit 48 GB, ich glaube nicht, dass die richtig sind, das scheint mir zu groß zu sein und die Playstation-Database sagt 15 bis 30 GB. Ihr könnt es, solange ihr einen Playstation-Beta-Code habt oder eben über Playstation 4 bestellt habt, direkt runterladen und könnt es dann voraussichtlich Freitag ab 19 Uhr. So wie letztes Jahr gehe ich davon aus, dass wir um 15, 16 Uhr anfangen, damit sie so ein bisschen das auseinanderziehen, wann sich wie viele Spieler da anmelden, könnt ihr es dann auch spielen. Wenn ihr jetzt irgendwie immer Amazon vorgestellt habt oder so, solltet ihr von Amazon spätestens Donnerstag eigentlich einen Code zugesendet bekommen. Meistens sind es einfach die direkten Playstation-Codes, es kann aber auch sein, dass ihr einen Activision-Code bekommt, den müsst ihr auf der Activision-Homepage eingeben und Activision wandelt diesen Code in einen Playstation-Code um und ihr gebt ihn dann auf der Playstation ein. Ihr findet diese Applikation für die Beta im Playstation-Store. Wenn ihr ihn jetzt noch nicht seht, macht euch keine Sorge, Leute, auf manchen Konsolen dauert das immer ein paar Stunden, es kann auch morgen erst erscheinen oder Mittwoch, aber ihr habt, glaubt mir, egal wo ihr wohnt, für 30 GB bis Freitag mit Sicherheit genug Zeit, das Ganze down zu lohnen. Äh, down zu lohnen, download zu, auch ist aber egal, zu downloaden. Es gibt jetzt aber die Infos, die ich euch jetzt auch mit einblende und mit euch darüber spreche, jetzt mache ich mich gleich einmal kurz weg, damit ihr die genau sehen könnt. Was das Level-Cap ist und welche Belohnung man bekommt, wenn man die Beta spielt. Es gibt das erste Wochenende und zweite Wochenende, das zeige ich euch. Ihr seht das hier Ganze, was wir hier in der Übersicht bekommen haben. Ihr bekommt für beide Wochenenden, erstes Wochenende ist ja erst Sony Exclusive und dann Sony Free for All und dann ist es ja alle Plattformen Exclusive, also vorbestellt und dann alle Plattformen frei noch zwei Tage am Ende. Ihr kriegt verschiedenste Operator, Blueprint-Varianten, Sticker und sonst was. Das allererste Level 2 ist ein ganz normales Emblem, dann kriegt ihr wieder einen Charm, dann kriegt ihr später eine Calling Card, dann kriegt ihr einen Sticker und wahrscheinlich Level-Cap am ersten Wochenende, Level 15, das kennen wir ja, damit wir nicht alles freischalten, ist eine SMG, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, was für eine das ist, Side Impact heißt die, die wir jetzt sozusagen bekommen. Ace hat da auch schon ein Video dazu gemacht, er sagt, das ist eine Glock, ich persönlich habe keine Ahnung, was für eine das ist. All diese Sachen, die ihr jetzt freischaltet als Geschenke, dafür, dass ihr es gespielt habt, nehmt ihr mit ins fertige Game rüber. Aber euer Level-Cap, eure Stats, euren Level-Vortritt nehmt ihr nicht mit ins fertige Game rüber. Das ist schon die letzten Jahre nicht so gewesen und ist dieses Jahr auch nicht so. Wenn ihr dann aber ins zweite Wochenende geht, das heißt Sony-Playstation-Spieler haben halt mehr Chancen und mehr Zeit zu leveln, ihr kriegt einen Operator, ihr kriegt einen Aufkleber für ein Auto für später. Der Operator sieht relativ Standard aus, aber ist jetzt nicht schlecht, ist umsonst, wir spielen es ja sowieso am Ende, also so what. Dazu kriegt ihr einen Sticker, der interessiert mich ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht. Ihr kriegt einen Beekeskin, der sieht ganz witzig aus, ist sehr grün und schwarz gehalten. Und eine M4 oder was auch immer es sein soll als Weapon-Blueprint und zwar Frontal-Impact. Das heißt, wir haben Side-Impact und Frontal-Impact, das ab Level 30. Level 30 wird der Level-Cap sein. Sie werden uns nicht erlauben, höher zu spielen, sodass wir eben auch nicht einfach alles freischalten können in den ersten zwei Beta-Wochenenden. Ich persönlich freue mich am allermeisten, um ehrlich zu sein, auf die Honey-Badger, weil es meine absolute Lieblingswaffe ist, weil es die beste Waffe ist, die ich jemals im COD gespielt habe. Und ich habe schon gesehen, es gibt ja ein paar Leak-Seiten, wo man sehen kann, welche Waffen denn jetzt irgendwie schon sicher sind. Und die Honey-Badger ist sicher mit drin. Und ich, seit Call of Duty Ghosts, warte ich auf diese Waffe und ich werde diese Waffe, sobald ich sie freigeschaltet habe, als allererstes auf Gold machen und ich werde dann wahrscheinlich vor Freude tanzen. Völlig egal, wie der Multiplayer wird, ich verbinde mit dieser Waffe. Viele von euch haben das mit der Intervention, einige mit der Manowar, wo ich auch echt Liebe für empfinde. So viel Scorpion von BO2 oder die, es ist völlig egal, jeder von euch verbindet mit seinem COD irgendwie diese eine Waffe, wo er sagt, die liebe ich einfach. Und genau das ist bei mir in dem Fall einfach mit der Honey-Badger. Es sind auch ganz viele andere Waffen schon geleakt worden, die wir wahrscheinlich noch nicht in der Beta sehen werden, aber im fertigen Game. In der Beta könnt ihr euch darauf einlassen, dass wir Verbindungsprobleme haben werden. Es wird Serverüberlastungen geben, das kennen wir alles. Activision ist da nie vorbereitet. Aber ich glaube, wir haben fast zwei Wochen Beta-Zeit. Das ist wirklich nicht wenig. Wir haben eine richtig gute Chance, da jetzt einfach mal wirklich das allererste Mal ein richtiges Gefühl für das Game zu bekommen. Und zu schauen, ob die Befürchtungen, die ich habe, die viele von euch haben, dass es halt wirklich wie MB-19 wird, ob das jetzt am Ende stimmt oder ob das alles gar nicht so schlimm ist. Genauso werden wir jetzt einfach sehen, wie sieht es mit dem FOV-Slider aus. Ist der jetzt wirklich auf allen Konsolen, wovon ich sehr sicher ausgehe? Ist der jetzt auf dem PC, was beim Multiplayer eigentlich Pflicht ist mittlerweile? Wir kriegen auf jeden Fall das erste Mal die Hände dran. Und ich kann euch nur empfehlen, ich bin viel zu klein, aber Donnerstag in drei Tagen ist COD Next Event. Und unter anderem wird Kaiser dabei sein, einer unserer deutschen Warzone-Spieler. Und aus dieser deutschen Warzone-Bubble, finde ich, ist Kaiser einfach noch am sympathischsten von allen. Ich werde mir das über Twitch live im Stream, ihr seid auch gerne eingeladen, wenn ihr bei Watchparty dabei sein wollt, anschauen, was er uns da vorstellt, was er sagt und einen ersten Eindruck gewinnen. Und Freitag auf Twitch.tv-Schepperfeuer läuft dann die Beta bei mir und die wird ziemlich viele Tage durchlaufen. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Zuschauer können einfach mitspielen, wir machen uns da eine witzige Zeit. Und schauen, es wird auf jeden Fall besser als Vanguard, schlechter geht es nicht mehr. Ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Ich werde das jetzt hier nicht irgendwie kürzlich auf acht Minuten verlängern, um da ein bisschen Werbegeld einzunehmen. Das noch schnell rausgehauen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein.